Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt und ich möchte dich begrüßen bei diesem wundervollen Mut-Mach-Kongress. Mein Name ist Carmen Dufner, ich bin die Herz- und Energie-Mentorin und ich durfte zusammen mit der Conny über den Mut sprechen. Welche Situationen im Leben brauchen Mut und was geschieht, wenn du mutig bist? Mit was wirst du belohnt? All dies wirst du erfahren in meinem Interview. Ich freue mich auf dich. Danke, danke, danke für deinen Mut, dich anzumelden bei diesem Kongress und übrigens ein weiterer Step ist, sei mutig und teile es großzügig. Danke, danke, danke. Ciao.